Willkommen zu einer neuen Folge, äh, nicht Pokémon Go, aber eine neue Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke, denn wir haben wieder mal Post bekommen. Miep, miep. Einmal ein Paket, das habe ich selber bestellt, das ist das hier von Amazon, das wollen wir gleich aufmachen. Und als zweites haben wir hier noch, oh, dieses Riesenpaket, das ist so schwer, ich habe keine Ahnung was da drin ist, denn das ist vom Gabriel. Gabriel, jetzt steht da der Nachname, den Nachnamen habe ich noch nie gehört, aber es kann nur einen Gabriel geben, deswegen habe ich mal nachgefragt und er hat es mir bestätigt, er, beziehungsweise seine Frau, beziehungsweise sie beide, haben was zurecht gemacht und haben das geschickt. Ali, was hältst du davon? Gute Sache, ja, wunderbar. Wir wollen jetzt aber erstmal das erste Paket aufmachen, was ich selber bestellt habe bei Amazon und dann wollen wir mal gucken, was in diesem Fanpaket vom Gabriel drin ist. Der Adi ist natürlich auch wieder am Start, der Adi hilft mit, das ist aber doof zugemacht, wie geht das denn auf? Wir haben hier auf jeden Fall jetzt einen leeren Karton, den stellen wir mal hier oben hin, nee, wir tun hier runter, egal, aber wir haben hier so Knisterfolien. Das ist eigentlich was, worüber der Adi sich besonders freuen müsste, wenn wir diese Folie nämlich hier aufreißen und gucken, was da drin ist. Wie macht man das? Ich muss, genau, hier, hier ist das so rübergeklebt, also ziehe ich das auch nach da auf und versuche das hier so abzubinden, abzuwickeln. Legt das erstmal zur Seite, damit ihr hören könnt, dass das hier so komische Folie ist. Kennt ihr ja alle, hat Fladdy auch ein Video drüber gemacht. Ali, alles klar. Guck doch mal, guck doch mal den Adi an hier. Ali, du sollst nicht immer Schwein sein. Ali, Ali. Komm, ich packe sie hier oben rein. Jetzt kann der Adi wieder zurück in sein Nest. Oh, ist der süß, guck doch mal, wie süß der ist. Ist er nicht süß? Jetzt kannst du wieder hoch. Wenn er sich damit beschäftigt, kann ich euch zeigen, was hier drin ist, nämlich die Hot Sauce Challenge. A Book of Pleasure and Pain contains 12 bottles of hot sauce. Wenn ihr das aufmacht, seht ihr das auch. Hier sind 12 verschiedene Chili-Soßen drin, geordnet nach Schärfegrad. Ihr könnt das immer hier anhaken, ob ihr das geschafft habt oder nicht. Hot Sauce 12-Step Challenges. Table of Contents Challenge 1 bis Challenge 12 for the Ultimate Palette Pedomanic. Pyromanic, congratulations, you survived the Hot Sauce Challenge. Das finde ich cool, weil selbst wenn ihr das leer gemacht habt, könnt ihr ja die Döschen mit der Soße aufheben und das Buch aufheben. Und könnt euch dieses Buch als Andenken trotzdem in den Schrank stellen. Das habe ich bei Kanal Phänomenal gesehen. Hat mich natürlich auch interessiert. Deswegen habt ihr das hier. Sieht auch gut aus. Hinten, vorne, oben, unten, Seite, überall. Und eigentlich wollte ich so eine Hot Sauce Challenge mit der, der da ist, machen. Weil der Hannes, der ist einfach zu krass. Der Hannes, wenn man dem was gibt, der merkt eh nichts mehr. Der ist einfach viel zu heftig. Aber beim der, der da ist, habe ich gedacht, der kippt vielleicht manchmal aus den Latschen. Pupsi möchte nicht. Und sonst wusste ich nicht, wen ich da machen soll. Wir haben also zwölf Soßen am Start. Ich frage auch mal in die Community. Wer hat Bock, mit mir zusammen ein Video zu drehen, wie wir diese Hot Sauce Challenge machen. Das heißt, immer ein Döschen auf. Jeder ein Löffel voll probieren. Gucken, wie es schmeckt. Gucken, wie es ankommt, ohne zu trinken. Und dann immer zum nächsten, zum nächsten, zum nächsten. Wer Bock hat, die Hot Sauce Challenge mit mir zu machen. Vom Book of Pleasure and Pain. Kann es gerne in die Kommentare schreiben. Kann sich gerne melden. Ansonsten, Hannes ist auf jeden Fall bereit. Hannes wird da das auf jeden Fall mitmachen. Vielleicht können wir das auch verbinden, dass wir einen Freiwilligen suchen, der sich da ran traut. Dann ich und der Hannes. Der Hannes, der sowieso alle in den Boden stampft. Trotzdem jemanden, der da gerne mitmachen möchte. Und trotzdem ich. Vielleicht können wir uns, da ist ja einiges drin in so einem Döschen. Das reicht sicherlich auch für drei Löffel. Jetzt kommen wir aber, finde ich trotzdem richtig genial, so dieses Buch. Jetzt kommen wir aber zu diesem Mega-Paket, was so heidenschwer ist und ich keine Ahnung habe, was da drin ist. Amiami 80 Size. Hätte ich jetzt mein Handy dabei, hätte ich ja mal googeln können, was Amiami ist. Weil es aber drüben liegt, werde ich das jetzt einfach hier aufschlitzen. Und werde mal gucken, was wir in diesem Paket haben. Jetzt ist der Adi auch zurückgekehrt, sehr schön. Beziehungsweise sitzt der Adi jetzt hier unten und lutscht an seinem Fell. Wir machen das also mal auf. Haben hier eine Begrüßungskarte drin. Herzliche Grüße aus der Schweiz. Gabriel Safir. Hier ist erstmal ein Bild. Das ist die Schweiz. Die Ricola Schweizer Kräuter. Okay, ja gut. Mit den Bergen. Ich war noch nie in der Schweiz, oder? War ich in der Schweiz? Doch, ich war in der Schweiz. Wir waren noch beim James. Der hatte aber weder Berge noch Wasser. James, was hast du gemacht? Auf jeden Fall kann man sich das Einrahmen an die Wand hängen. Gabriel Safir. Herzliche Grüße aus der Schweiz. Sieht sehr nett aus. Sehr freundlich. Dann haben wir hier ein Google. Hier Gutschein einlösen. Serie, na mal unbegrenzt. Funktioniert das? Darf man das jetzt zeigen? Darf man das? Ach nee, da steht der Code mit drauf. Das darf man also nicht zeigen. Hier ist ein Google Play Gutscheincode drin. Aber nicht nur einer. Hier ist noch einer. Hier ist noch ein zweiter Google Play Gutscheincode drinnen. Das habe ich auch noch nie so gesehen. Ich kann sagen, dass das im Prinzip auf einem Blatt Papier zum Ausdrucken, beziehungsweise ich kann es euch ja mal zeigen. Hier Google Play Gutscheincode 15 Euro. Code steht hier. Seriennummer gültig bis unbegrenzt. Hier Gutschein einlösen. Blablabla. Verwende den Code dieser Geschenkkarte nur bei Google Play. Wenn du von Dritten nach dem Code gefragt wirst, könnte es sich um einen Betrugsversuch handeln. Unter Google Play Gift Cards Game, äh, Play Google meine ich, erfährst du mehr. Wusste ich nicht. Ich kannte das nur, dass man das per E-Mail geschickt bekommt. Ach so, und vielleicht ist das ja per E-Mail geschickt. Eingekauft und dann ausgedruckt. So müsste das auf jeden Fall sein. Ihr braucht die Codes aber nicht auszuprobieren. Wenn das Video online ist, habe ich die auf jeden Fall schon eingelöst. Obwohl das auch nicht immer so der Fall ist. Letztens in meinem Geldbeutel habe ich eine Google Play Card gefunden. Die war noch zu. Die war von 2017. Die ist drei Jahre alt und da waren 50 Euro drauf. Ich weiß nicht, die habe ich irgendwann mal vergessen einzulösen. So, hier haben wir eine Pappe. Das ist auch natürlich cool. Da kann man im Sommer, kann man sich das so Wind zufächern. Auch beim Adi, gell. Guck Adi, spürst du den Wind oder was? Seh dir den Adi und seh dir den Wind oder was? Und da freut er sich auf jeden Fall, dass da Wind ist. So, dann packen wir das auch mal hier oben bei ihm rein. Dann haben wir hier noch so, ähm, Luftpolster. Nochmal hier Knisterfolie, nochmal Luftpolster, klein. Wir haben einmal Toblerone. Diese Dreiecke, die auch wieder Toblerone of Switzerland. Zum Naschen, ich habe jetzt so Pupsi gesagt, angeblich ist da was für alle drin. Da haben wir vielleicht noch was zu naschen für heute Abend. 7.3.2021. Wunderbar. Manche schenken ja ihre abgelaufene Schokolade. Aber das ist neu. Toblerone auf jeden Fall auch cool. Essig eher selten, heißt aber nicht, dass das, äh, dass das nix ist, ne. Wenn der Adi schon mal hier ist, haben wir jetzt auch noch Excel-Cat Snackies. Also wieder für einen Adi eine Packung Excel-Cat. Das gebe ich dem Adi auch hier. Hier Adi, das ist für dich. Dann haben wir als nächstes Goldfisch von Cambly Sesam, ist das, oder? Knusprig gebacken. Auf jeden Fall hier solche... Der haut gleich ab mit seiner Packung. Dann haben wir auf jeden Fall hier so Goldfische als Snacks. So Gebäck. Schmeckt auch sehr gut. Finde ich auch richtig genial. Dann haben wir weiter hier Folie, alles Mögliche. Wir haben Pizza Cracker. Party Pizza Cracker. Die sehen auch gut aus. Auch schön abends zum Film gucken, zum Serie gucken. Wir haben, was haben wir noch? Wir haben hier noch Selina Snack. Crunch It. Gefüllte Knuspertaschen mit Milchfüllung und Biotin. Also auch für einen Adi, ne? Das packen wir wieder. Adi! Adi! Jetzt hat er die andere Packung noch im Mund. Die werfen wir ihm hier oben rein. Mal gucken, ob er dann gleich wieder angeschossen kann. Dann haben wir hier noch Snack Nüsse geröstet und gesalzen. Das ist auf jeden Fall genial, wenn die Mama immer da ist. Die will immer so Studentenfutter oder Nüsse oder irgendwas. Ich weiß nicht, er ist auch gerne einfach mal Nüsse. Das ist eine fette, große Packung von Maryland. Das findet auch seinen Platz. Wird natürlich auch weggenascht. Dann haben wir schon wieder was für einen Adi. Wir haben nämlich noch Knuspertaschen von Viscas mit Fisch. Mit Thunfisch. Das steht da. Das steht mit Lachs. Mit Lachs. Da war genau die Nummer drüber. Deswegen hat man das nicht gesehen. Da, der Adi guckt schon. Adi guckt. Jetzt ist es wieder hier oben in deinem Waschbecken. Genau, geh mal rein. Und pass auf Adi, klau jetzt nichts. Denn du hast hier noch Knuspertaschen mit Huhn und Käse. Mit Huhn und Käse können wir dir auch noch geben. Und wenn du einmal da bist, dann schau mal, was wir hier noch haben, Adi. Hier ist nämlich... Oh, das muss ich dir zum Schluss zeigen. Hier ist noch eine Maus. Pull and Discard. Das heißt, die kann irgendwas. Hier muss man was rausziehen. Und dann... Guck mal, Adi eine Maus. Adi hat die Maus gekleid. Aber Adi, Adi warte. Adi, guck. Guck mal, Adi. Wir haben hier noch eine Angel drin. Eine Angel mit so einem Puschel. Aber ich glaube, der Adi ist besessen jetzt auf die Maus. Vor allem macht die... Die piepst so. Also die macht auf jeden Fall Geräusche. Aber gut, die Angel ist jetzt erstmal uninteressant. Die kann ich mir jetzt hier so umhängen, weil das so lustig aussieht. Seht, meine Angel. Die fange ich erstmal hier oben hin. Der ist auf jeden Fall jetzt geflasht. Was haben wir hier? Vor allem, was haben wir da? Noch eine zweite Angel? Jetzt hat die Maus schon wieder Geräusche gemacht. Was ist das? Das knirschelt auch rum. Okay. Das ist noch eine zweite Angel mit einem zweiten Bällchen dran. Mit Bändchen, wuschelig. Keine Ahnung. Können auf jeden Fall auch mitspielen. Er hat die Maus jetzt wirklich weggeschleppt. Das ist sehr cool. Die Angeln... Wir haben auch schon ein paar Angeln gehabt. Die halten immer nicht so lang. Der zerrt da dran rum. Der reißt das alles ab. Das ist alles kaputt. Keine Ahnung. Hier haben wir auf jeden Fall jetzt... Bier. Blonde. 4,8% Lagerbier von Bricks. Von Coop. Bricks Garantie. Lagerbier. Golden. In... Im Body hier habt ihr noch ein zweites Lagerbier. Birer Normale. Sieht auf jeden Fall sehr elegant aus. Dann haben wir hier noch zwei Rode. Feldschlösschen. Braufrisch. Das ist was, was ich nicht verstehe, weil Feldschlösschen... Früher der Klaus hat auch immer Feldschlösschen getrunken, aber in Flaschen. Obwohl er hier immer extra steht, seit 1876 und hier die Schweizer Flagge, dass man denkt, Feldschlösschen gibt es nur in der Schweiz. Aber irgendwie gab es ja auch immer Feldschlösschen. Hier nochmal braufrisch Feldschlösschen aus der Dose. Also ich glaube, die nächsten Chill mit Ramses Livestreams sind auf jeden Fall abgedeckt. Noch ein Feldschlösschen Original mit 4,8. Einmal hier. Einmal hier. Feldschlösschen Original. Die blauen Dosen. Dann Feldschlösschen 1876. Historisches Lager. Gleich einreichen als Pokestop wegen historisch. Dann sehe ich aber noch was, wo ich gar nicht weiß, was das dann sein soll. Feldschlösschen 1876. Also immer schön von jedem zwei Biere. Hier noch eine Schokolade. Eine Frey Giandor. Milchschokolade mit Mandelcreme Füllung. Das ist also eher was für Pupsi. Ich mag es eher süß. Oder für Mama natürlich auch. Hier noch eine Lindor Milchschokolade. Unendlich zart schmelzend Milch. Das ist auch sehr cool. Ich brauche da Salami oder sowas. Und noch eine Frey Milchnuss. Auch mit der Schweizer Flagge drauf. Und hier habt ihr in dem Karton noch eine Box. Es quietscht immer zu. Da steht auf jeden Fall Vorsicht Glas. Das ist auch nochmal sehr schwer. Das sieht sehr cool aus. Hier mit diesem Schneemann und dieser Eule oder was das sein soll. Hier noch so eine Eule auf dem Schlitten. Hier die bewerfen sich mit irgendwas. Da oben fliegt noch was. Das machen wir jetzt auch mal auf. Gucken wir mal da rein, was das ist. Scheinen zwei Gläser zu sein. Einmal hier. Wieder in diese Folie eingepackt. Ein Feldschlösschen Glas mit 0,3 Liter. Sag mal Pupsi, bist du das oder ist das Adi selber? Der Adi mit irgendeinem Vielfall, glaube ich. Das ist aber heftig. Das geht ja die ganze Zeit. Ein Feldschlösschen Glas. Das stellen wir erstmal hier oben ab, dass das nicht runterfällt. Und dann müsste das bestimmt noch ein zweites sein als Gegenstück dazu. Den Karton werde ich auf jeden Fall auch aufnehmen. Der Karton sieht nämlich auch richtig genial aus. Genau. Noch ein zweites Feldschlösschenglas mit so einem Bild vorne drauf. Das ist zwar schräg, aber irgendwie hat das voll den Style, wie das einfach so da drauf hängt. 0,3 Liter. Da kann man ja schon fast eine Jägermeisterflasche draus trinken. Hört ihr das? Wie der immerzu piept und macht und switchert. Ja, der hat so eine Maus. Ja, der hat so eine Maus. Das heißt, ich muss mal gucken, was der Adi mit der Maus macht. Deswegen komme ich jetzt mal raus. Adi, was ist denn mit der Maus? Die guckt. Die bewegt sich. Adi, lass dich doch nicht irritieren. Eben warst du auch so wild auf die Maus. Willst du die Maus? Willst du die Maus? Erdmännchen. Die Maus macht piep. Noch einmal. Noch einmal. Ach, Adi, du bist schon so eine Wurst. Die nehme ich jetzt wieder mit. Oh, der Adi geht auch mit. Ich glaube, der Adi will mehr. Guck mal, Adi. Hier die Maus, guck. Hier. Jetzt in der Wanne los. Schnapp sie dir. Keine falsche Bescheidenheit. Nicht? Fühlst du dich beobachtet? Weil da der Mann mit der Kamera ist. Adi, Schatz. Okay, die Maus ist tot. In der Wanne. Alles wird gut. Dann können wir sie jetzt ja wieder mitnehmen. Aber kaum nehmen wir sie mit. Kommt er bestimmt gleich an und will sie auch wieder haben. So. Ich nehme sie ruhig mit. Wunderbar. Nimm. 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 Ach, Adi. Wenn nicht, ich nehme den Karton. So. Vorhin hat er so noch weggezerrt. Äh. Junge, was macht das Bild denn für komische Faxen? Das bewegt sich ja von alleine. Auf jeden Fall, danke für die Maus. Danke für die Angeln. Danke für das Futter. Danke für die Snacks. Danke für das Bier. Danke für die Google Play Cards. Danke für die Schokolade. Danke für die Nüsse. Danke für die Gläser. Danke für die Toblerone. Hey, das zählt doch auch zu Schokolade. Trotzdem. Sehr coole Sache. Ich finde das immer so genial. Das ist. Andere, die kaufen sich immer solche 100 Euro Amazon Überraschungspakete. Die bestellen die selber. Lassen sich dann überraschen, was da drin ist. Und ich kriege das einfach so geschickt. Zusammengestellt von Zuschauern. Von richtig coolen Leuten. Also, um was sie sich immer einfallen. Da ist immer so eine Vielfalt drin. Das ist nicht eintönig. Das ist nicht nur das. Das ist für jeden was dabei. So wie sie es auch angekündigt haben. Ist auf jeden Fall sehr cool. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal beim Gabriel und seiner Frau. Und wünsche euch natürlich nur das Beste. Ich hoffe, ihr habt weiter Spaß mit meinem Kanal. Das werde ich natürlich auch als Video hochladen. Dem Adi seine Maus. Das werde ich jetzt hier nochmal in den Karton werfen. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn ihr mir auch mal ein Paket schicken wollt. Oder irgendeine Freude machen wollt. Meldet euch, falls ihr eine Adresse haben möchtet. Mal gucken, welche Adresse ich euch gebe. Ob es die richtige ist. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Bis zum nächsten Mal.